Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute auf vielfachen Wunsch meiner Tochter mit einem ganz besonderen Lippin-Set und zwar dem Cinderella Castle 16008. Dieses 4080 Stück starke Lippin-Set ist eine 1 zu 1 Kopie des Lego Sets 17040 des Disney Castles. Dieses Lego Set ist seit 2016 im Lego Shop für 349 Euro verfügbar, ist auch immer noch da zu bestellen und wer das nicht teuer genug ist, der kann es auch bei Amazon für 429 Euro bestellen. Wenn man jetzt sagt, für ein besseres Lego Puppenhaus gibt das Budget nicht ganz so viel her, dem sei dann das Lippin-Set doch ans Herz gelegt, das liegt bei 110 Euro, so roundabout je nach Dollarkurs. Wollen wir uns mal anschauen, ob das Teil taugt. Da ich aber eine gefestigte Persönlichkeit verfüge, kann ich euch ja ruhig gestehen, dass ich das Set selber ganz zauberhaft finde. Also wollen wir mal schauen, was sich in diesem tollen Karton alles so vermiert. Im Übrigen von der Größe her entspricht ja ungefähr dem Karton, in dem auch der Sternenzerstörer angeliefert worden ist. Also schauen wir mal, was drin ist. Dann haben wir zuerst einmal die Bauanleitung in Hochglanz und allerschönsten Farben. Und dann hier reichlich, Füßen, Füßen und noch mehr Füßen. Und hier tolle Accessoires, wie ein Föhn, eine Krone und noch andere schöne Dinge. Und es gibt kein Ende. Und es gibt auch Minifiguren, sehr schön. Wow, das sind mal eine Menge Steine. Und, oh Wunder und Überraschung, keine der Tüten ist irgendwie Baustritt nummeriert. Ja, ich werde das jetzt wieder alles schön auf meine Tellerchen packen. Aber vorher werfen wir noch mal einen Blick auf die Bauanleitung. Und hier haben wir sie, die Hochglanzbauanleitung. Leider schon mit einem Eselsohr drin. Ein bisschen verknickt. Aber nichtsdestotrotz doch sehr schön. Wieder hier der Klassiker. Läppin überklebt, damit es keinen Stress im Zoll gibt. Dann diesmal gebunden, nicht mit Heftklappern. Dick ist sie. Und zwar insgesamt Trommelwirbel 227 Seiten stark. Ja, da werden wir auf alle Fälle eine Menge Spaß dran haben. Druckqualität, ja gut. Also da kann man alles gut und sauber drauf erkennen. Ich denke mal, das wird auf alle Fälle ein schönes Bauen. Ja, dann wollen wir mal Ordnung in das V ausbringen. Nach gut einer Stunde sortieren und auspacken, habe ich jetzt hier soweit alles vorbereitet, dass es mit dem Bau losgehen kann. Da waren, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte, 78 Tüten. Wobei ich definitiv nicht ausschließen möchte, dass ich irgendwo den Überblick verloren habe beim Zählen. Ja, also ist es diesmal wirklich so viel, dass ich ihn noch anbauen musste. Ich habe auch noch kein Set gehabt bisher, wo so viele verschiedene Steine bei sind. Also das ist wirklich absolut der Wahnsinn. Ich meine so als kleines Beispiel mal so ein Blick in den Teller hier. Oder hier so in die ganzen anderen. Also das ist absolut der Wahnsinn. Also das wird auf alle Fälle eine richtige Herausforderung. Also man kann ja sagen, es ist nicht das aller männlichste Set, aber es ist definitiv ein sehr herausforderndes Set. Ja, und dann haben wir hier, wie ich schon erwähnt habe, hier schön Haarbürsten, Kämme, Haarschmuck etc. pp. Aber damit hier das Männliche nicht zu kurz kommt, haben wir hier auch mal ein Arschvoll Waffen. Ich weiß zwar nicht, was die im Disney-Schloss verloren haben. Werkzeug kann ich ja noch mit Leben. Mit den Waffen. Da kann ich mir so auf Anhieb keinen Reim drauf machen, warum die dabei liegen. Wir werden sehen. Hier haben wir die Minifiguren. Das sind zwei Tüten. Insgesamt sind bei dem Set fünf Minifiguren und zwei Rüstungsständer dabei. Ich werde das jetzt mal aufbauen und dann gucken wir uns die gleich mal in Ruhe an. Hier haben wir sie jetzt zusammengebaut, unsere Minifiguren. Das sind einmal hier die beiden Ritter-Rüstungsständer, weil da ist nichts drin. Die haben keine Gesichter. Die stehen hinterher nur zu ziel im Schloss rum. Dann haben wir hier Donald. Das ist soweit okay. Hat hinten auch schönen Bürzel dran. Ja, dann auch hier Daisy ist eigentlich ganz gelungen. Auch bei ihr hinten der Pürzel am Popo. Ja, und dann kommen wir zu Mini. Mini hat Knast-Tattoos im Gesicht und leider auch ist der Rock nicht so gut gelungen. Der hat auch mehrere Farbfehler. Das ist nicht ganz so schön. Bei Micky im Gesicht sieht es ähnlich aus. Die sind nicht ganz so gelungen. Dann haben wir hier noch Tinkerbell. Die ist wieder okay. Aber gut, das Set kauft man ja auch nicht wegen den Minifiguren. Die sind eigentlich der uninteressantere Teil da dran. Man kauft es wegen dem Bauspaß und dem Schloss an sich. Und damit fangen wir dann jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal.